Oh, hallo und herzlich willkommen zurück. Nächstes Schlachtfeld. Mist of Pandaria. Tiefen Windschlucht. Oha. Ach, das war das, was wir eben schon verloren hatten, weil die Dudes in der Mitte das... Ach, das war's. Ach, das ist nicht allein. Ah, das ist nicht alles, warum es ihr Tomatzen hat. Mein erstes Mal hier, was ist das Ziel? Tja, was das Ziel ist weiß ich selber nicht so genau, ich glaube man muss die Dinger hier, Flaggen einnehmen und Deffen Vielleicht fahre ich auch einfach bei dem mit hier Kann ich das? Ha! Das ist ja witzig, bin ich bei dem mit eingestiegen ne? Wie steige ich denn hier wieder aus? Wie steige ich denn hier wieder aus? Ah, ok Ach du meine Güte Geht ja genauso gut wie beim letzten mal hier Oh boy Oh boy Ja, wie beim letzten mal, der dicke Train ist in der Mitte Und ähm Das scheinen wir wieder nicht zu kriegen Ich geh mal mit meinen Mates hier mit Ah, der ist fast tot, den kriegen wir ja wohl Ich muss näher ran gehen Alter Es geht keiner tot ne? Ich mach einfach keinen Schaden an den Scheiss Ja Die Alter, wo sind denn schon wieder alle? Keiner, das gehen wir nicht. Boah, Junge, Junge. Das ist, äh, boah, das ist, äh, hart würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist sehr hart. So, jetzt erstmal schön die Splash-Keule reinhängen. Okay. 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 Das ist eigentlich eine gute Strategie mit so einem Frostmage. Einfach von der Ferne immer so einen Regen rein. Und zwischendurch mal hier so eine Kugel. Und das macht noch mit am meisten Sinn. Okay. Sorry. Ah, ich glaube die Mitte, die ist ein bisschen saftiger, aber ich weiß es nicht. Ah, ich glaube das ist so ein bisschen der Trick. Das haben wir jetzt so ein bisschen rausgefunden hier. Aber jetzt geht's mal um einen Regen, ich weiß es nicht. Also ich sage das. Keiner. Das ist nicht. Es ist nicht notwendig. Ich bin jacket, weil ich lebende es hier nicht kamen. Ich kann mich auf die Schmache nicht wieder wegbekommen. Ich muss näher ran. Sooo Ich muss mich ein bisschen beeilen das real life ruft schon wieder Ich muss mich an die Anscheinend verliert man auch wieder Punkte. Na ja, hat Real Life ruft, was soll ich tun?